Musik 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 Die Leiste ist sehr ausgeglichen vom Körper her, der fehlt schon in einer Stelle, wie er lucht hat. Da ist schon sehr viel Geschick für erforderlich, auf einem Rad oder solche Rund zu fahren. Das klärt man nicht im Halbplan. Der Leiste hat sonst Wettbewerbe in Deutschland-Holland. Jetzt hat es mal ein bisschen Zeit genommen, hier eine Vorführung zu fahren. Das war für der Feier. So, der Motor war ein bisschen warmer, machen wir die höheren Hindernisse. So, so was ist überlangs hervorragend. Wenn er will, steht er da bis morgen. Aber er will natürlich da hochfahren. Auf und Körper mit reichen und hoch. So was du kannst sehr lange trainieren. Wir veranstalten auf. Zeitplanung vom Obstet-Kotten-Münster. Über uns am Teilgelände. Also wenn ihr so fahren wollt, kommt einfach mal vorbei. Das blaue Feld ist der Info stand. Da sind unsere Netz-Kollegen und informieren uns gerne da rüber. Das war eine gute Sekunde. Das ist eine große Lokal-Kontage. Das war eines von einem hoffennissen Stable. Das war sie. Weihe, das war ein Training. Das ist eine große Anstattung. Der Konflikt kann also aufgelistet sein. Das war sie. Das ist ein Tafekum. Wie ist das? Das war seine Wettbewerben. Das war sie. Das war sie. Das war sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017